Hallo, hier sind wir in Freetown, Sierra Leone, mitten unter den Straßenkindern. Wir bieten hier Rehabilitation an. Und wichtig für uns ist, dass es nicht nur unsere Mission ist, unsere Arbeit, sondern hier sind viele Helfer mit am Werk, so unter anderem auch die Spender und die Unterstützer von Jugend eine Welt in Österreich. Unsere Arbeit wäre nicht möglich ohne ihre Unterstützung, ohne ihre Hilfe. Was wir in den letzten Jahren sehr deutlich zu spüren bekommen haben, Hier die Kinder sind hier für zehn Monate Rehabilitation und haben verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel Sport, aber auch die Musik, die eine wichtige Rolle spielt, die Musiktherapie. Jugend eine Welt hat uns sehr gut geholfen, unterstützt mit Keyboards und mit Musikinstrumenten. Wir haben auch eine Brassband hier. In der Pädagogik ist es sehr wichtig, Kinder, Straßenkinder, ein gesundes Selbstbewusstsein zu geben, ein Selbstwertgefühl und eben, dass sie ihre Talente entdecken für die Musik, das steigerte Selbstvertrauen und so können aus den Kindern selbstbewusste und verantwortungsvolle Staatsbürger auch hier für Sierra Leone werden, die wir hier dringend brauchen im Aufbau für dieses Land. Vielen Dank, Jugend eine Welt, für die tolle Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.